Hallo zusammen, mein Name ist Wenziga, ich bin im ersten Lehrjahr Fachfrau Hauswirtschaft im Kantonsspital Aare. Und ich möchte euch heute einen Teil von unserem Beruf zeigen. Kommt mal mit! Wir bedienen Gäste, Patienten und Kaisermitarbeiter in unserem Restaurant im Le Clou. Beim Catering decken wir den Tisch und dekorieren den Saal. Unsere Beruf ist sehr vielseitig. Wir machen jeden Tag etwas anderes. Wir arbeiten viel im Team und haben auch viel Kontakt mit den Leuten. Wir sind zuständig, dass KSA-Mitarbeiter immer frische Arbeitskleider haben und Stationen wie auch Ops Notfallverschiedene Wäsche bekommen. Wir sind für Sauberkeit und Ordnung im Spital zuständig. Wir reinigen unter anderem Patientenzimmer, Büros und Aufenthaltsräume. In der Küche unterstützen wir Köche, aber können auch einfache Gerichte selber herstellen. Auch hier helfen wir für die Zubereitung fürs Catering mit, wie zum Beispiel Salattaler-Anrichten, Desserts oder Apro-Brötchen. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst du auch dazu, dann bewirte dich als Bafrau Hauswirtschaft im Kantonsspital Aare. Withoutudo auf, wird die Zubereitung des Bafrau Bắconssnimmer und Desserts oder Zeitung des Bafrau Reports vergle çevres. Werden Lachs eiごer?